So, hi Leute und willkommen zum FearGolf-Championat. Ja, ich dachte mir, ich nehme nochmal ein Championat auf, da das ja ganz schön kurz kommt im Moment mit den ganzen, ja, Star Stable-Videos. Es werden jetzt, denke ich mal, noch ein bisschen öfters Videos kommen. Und ja, ich habe jetzt keinen Sattel an und nicht wirklich richtig Schampi geeignete Sachen, weil ich einfach, ich habe eben YouTube geguckt und dann dachte ich mir so, oh Scheibenkleister, gleich ist das FearGolf-Championat, dann beeile ich mich mal schnell und mache das für euch. Ja, genau. Und das machen wir jetzt. Ich hoffe, euch gefällt es. Und ich hoffe, ich verkasse es nicht. Lauft mit mir. Ja, und sie ist auch erst Level 1, also Rainbow Dash ist auch erst Level 1. Wie gesagt, es ist zwar kurzfristig und, ähm, ja, es leckt. Das kenne ich hier überhaupt nicht. Ähm, oh mein Gott. Seht ihr das? Es leckt irgendwie. Oh mein Gott. Es leckt mega. Also es hängt etwas. Es geht. Oha, habt ihr die gerade gesehen? Ich deckte mit dem Kopf im Boden fest. Also ihr Pferd. Gott. Ich versuche mich im Moment wieder an Star's Table zu begrüßen. Also, dass ich das wieder mag. Also, dass ich das wieder gerne spiele. Im Moment ist es nur ein bisschen so, ja, seitdem Feli, ja, ein paar Mal ich spielen könnte oder längere Zeit nicht, äh, nicht mehr spielen konnte, ähm, hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr zu spielen, weil alleine macht das nicht so wirklich viel Spaß. Und jetzt versuche ich, ähm, wieder mehr Star's Table zu spielen und wieder Freude daran zu finden, weil ich finde dieses Spiel eigentlich schon ganz schön geil. und, ja, wir sind neunte und ich habe Gas gegeben, also es gab ganz schön viele gute Leute oder vielleicht auch einfach Leute, die ausgelabelte Pferde haben. Ähm, ja. Oh, Jamie, du Arme, falls ich dich gleich in der Platzierung nicht mehr sehe, dann tut mir leid, dass du rausgeflogen bist. Ähm, ja. Oh mein Gott. Lol. Supi. Ja, wir haben es erfolgreich, naja, so mittelerfolgreich hingekriegt und falls ihr euch wundert, dass Felicia nicht dabei ist, wie gesagt, es war eine kurzfristige Aktion und sie ist auch nicht online gewesen, deswegen konnte ich sie nicht anschreiben und ich habe mein Handy auf dem anderen Schreibtisch und deswegen, ja. Genau, okay, wer war da, oh, ich habe mich gerade an ein Blatt wehgetan, ich habe mir gerade an ein Blatt wehgetan, so, ich habe mich ein bisschen umgerutscht, ich sehe das nicht, ne, okay, 17. Platz Liana Mountain Step, 16. Platz Lauren Sillenball, 15. Platz Jamie Sportrallye, 14. Platz Kirsten Churchill Hurricane, 13. Platz Linea Mouseride, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, Ähm, äh, 12. Platz Fiona Poppy Hunter, 11. Platz Shinje Friedenbridge, 12. Platz Fiona Poppy Hunter, 11. Platz Shinje, oh Gott, das ist ein richtig komischer Name, mit C, S, E, N, Y, G, E und Friendbridge. 10. Platz Kate Samber, 9. Platz Chantal Weston, ähm, 8. Platz Liv Mysterywell, ich bin 7. Platz, 6. Platz Anja Oakleaf, 5. Platz Libby, 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 und die ersten drei, herzlichen Glückwunsch, Celine, Autumn Rally, Cora Wainburg und erste Karin Starnowus. Ja, gut. Rainbow Dash hat gerade irgendwie Lust, sich zu drehen. Und Rainbow Dash, du bleibst es mal auf einem Fleck stehen. Mein Pferd will nicht mehr auf einem Fleck stehen bleiben. Ja, okay. Dann sagen wir euch jetzt mal bis dennne und, ja. Falls ihr mehr Stars der Videos sehen wollt, schreibt es mir mal in die Kommentare, weil ich weiß nicht wirklich, was ihr wollt, denn ich habe ja so einen gemischten Account aus Tier, weiß ich nicht, umsonst und so weiter, DIYs und Star Stable, so ein Mischmasch und ich weiß nicht genau, ob ihr das gerne guckt oder nicht. Deswegen schreibt es mir mal in die Kommentare, bitte. Okay, dann tschüss und bis demnächst.